Viele haben mich gefragt, wer ist der Typ mit der wohlklingenden Stimme? Wer steckt hinter dem Keuchen? Hier ist er, Thomas, the body. Heute Bestform macht sich gerade bereit das neue Meisterwerk. Bereitet sich gerade vor. Jetzt könnt ihr ihn mal bei der Abfahrt beobachten. Diese Geschmeidigkeit, diese Eleganz. Ich komme gar nicht hinterher, so schnell ist er. Das ist also der Typ, der immer diese netten Sachen über mich sagt. Ich weiß nicht, ob ich heute bei ihm auf dem Video drauf bin. Wahrscheinlich nicht. Dafür ist er zu schnell. Er fährt ungebremst. Mal gucken, ob er auch eine Pirouette am Ende dreht. Wir haben hier diese waghalsige Abfahrt. Wie ihr hört, ist bei mir das Keuchen jetzt weniger ausgeprägt als bei ihm. Ich kann durchaus noch normal sprechen. Ich schätze, mein Puls ist ungefähr bei 70, vielleicht 80. Es war wie immer ein schönes Erlebnis. Einfach toll. Jetzt sind wir gleich am Auto. Also, der blaue Blitz im HSV, in der HSV-Jacke, ist natürlich erster. So schnell kann ich einfach nicht. Ja, mal sehen. Jetzt. Oh, wunderschön. Er ist nicht gestürzt. Prima hat er das gemacht. Er ist nicht gestürzt.